Musik 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 Auf dieser Lange gerade kämpfen Martin und Dr.Face um den zweiten Platz, was für ein heftiger Fight. Speedfighter jetzt auf der Innenbahn um den vierten Platz, aber Heike verteilt hier seine Position, richtig schön, wer macht Speedfighter ohne Chance. Speedfighter jetzt auf der Innenbahn um den vierten Platz. Unglaublicher Dreikampf, sechs Minuten vor Schluss, wer hat am Ende die Nase vor. Markus und Martin hier auf gleicher Höhe und dieser Kurve kann man nicht überholen. Rad an Rad geht es hier auf die Startungsziellinie, Martin behält die Nase vorn. Oh, der Boxstopp muss jetzt schnell gehen, sonst verliert er hier die Position gegen seinen Rival. Oh, der Boxstopp muss jetzt schnell gehen, sonst verliert er hier die Position gegen die Nase vorn. Oh, der Boxstopp müssen Sie so auf die飾 Silber